Als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin Steuern sparen. Ich erkläre dir, warum du als Arbeitnehmer und in welchen Fällen auf jeden Fall über die Steuer nachdenken solltest und wie du deine Struktur aufbauen könntest, um hier auf jeden Fall deine Steuerlast zu senken. Denn auch als Angestellter oder allgemein jeder in Deutschland, der ein Vermögen aufbauen will, kann Steuern sparen, wenn er weiß wie. Und wie das aussieht, schauen wir uns jetzt mal in diesem Video an. Hallo, mein Name ist David Kasper, ich bin Steuerberater und geschäftsführender Partner der Körper- und Partnersteuerungsgesellschaft und unter unserer Marke Steuern, Steuern zeigen wir täglich einer Vielzahl unserer Mandanten, wie sie ihre Steuerlast deutlich senken können, aber auch wie sie ihr Vermögen besser schützen können. Denn in Zukunft steuern wir auch deine Steuern. Als Arbeitnehmer oder Angestellter Steuern sparen. Geht das überhaupt? Lohnt sich das überhaupt? Natürlich muss man hier im Vorfeld schon mal sagen, wenn ich jetzt nur in einem Anstellungsverhältnis bin und ich bin zum Beispiel angestellt in einem großen Konzern, dann ist es hier natürlich nicht so einfach oder einfach nicht möglich, muss man auch mal direkt aussprechen, die Steuerlast hier jetzt für diese Arbeitseinkünfte deutlich zu senken. Warum? Naja, als Angestellter, da funktioniert es ganz einfach. Und zwar bin ich angestellt in einem großen Konzern, hier bei uns ums Eck, haben wir einige, nehmen wir mal Siemens und dann bin ich dort angestellt und kriege meinen Lohn, 5.000 brutto im Monat. Das spüre ich aber nicht, das sehe ich auch nicht, weil ich kriege von Siemens nicht 5.000 überwiesen, sondern ich kriege jeden Monat eine Lohnabrechnung und da steht dann mein Nettobetrag drauf. Oft die Hälfte, 2.500 sagen wir mal grob. Warum? Weil Siemens schon Steuern und Abgaben ans Finanzamt abführt. Da, so läuft es beim Angestellten, sage ich mal. Und da jetzt die Steuerlast zu senken, naja, da müsste ich Siemens sagen, hey, kann ich bei dir selbstständig oder freiwillig oder als Unternehmer arbeiten, um zum Beispiel hier meine Arbeitseinkünfte in meiner GmbH oder Stiftung oder, oder, oder zu bekommen, um hier eine Steuersparnis zu generieren. Ja, das ist nicht möglich. Für viele Berufspositionen oder für viele Tätigkeiten ist es einfach nicht möglich, weil ihr ja im Großkonzern angestellt seid. Wenn ihr das wollt, dann muss man sich natürlich selbstständig machen oder ein Unternehmer sein und selber Siemens aufbauen. Da habe ich natürlich dann andere Hebel. Aber das ist ja jetzt mal, um wieder zurückzukommen, nicht von jedem das anzuhören. Nicht jeder will selbstständig oder Unternehmer sein. Das birgt ja auch noch andere Risiken mit sich, einen ganz anderen Workload mit sich. Deswegen sprechen wir aber mal drüber, denn wir bekommen schon Anfragen, auch von Angestellten, hey, können wir da nicht was machen? Und ich sage zu jedem, ja natürlich auch als Angestellter, auch wenn du bei Siemens angestellt bist oder in einem anderen großen Konzern angestellt bist und du möchtest ein Vermögen aufbauen und verlässt dich nicht auf die Rente, solltest du über eine Steuerstrategie nachdenken. Natürlich ist da Vollständigkeit halber zu sagen, wenn ich noch keine anderen Nebeneinkünfte habe. Nebeneinkünfte können sein aus Vermietung und Verpachtung, wenn ich Immobilien habe, aus sonstigen Einkünften, wenn ich zum Beispiel Kryptowährung trade, mit Gold handel oder wenn ich Kapitaleinkünfte habe, also trade mit Aktien. Ich meine, Nebeneinkünfte brauche ich ja, wenn ich ein Vermögen aufbauen will, weil wenn durch mein Anstellungsverhältnis bin ich einfach irgendwann limitiert, wenn ich nicht in einer leitenden Funktion oder Vorstand irgendwo bin. Wobei auch da bin ich irgendwann limitiert, aber da bin ich dann in anderen Sphären. Also, wenn du angestellt bist, denk immer auch über die Steuern nach. Klar kannst du in deiner Steuererklärung, ich will nämlich jetzt hier keine Steuertipps geben, wie du in deiner Steuererklärung den letzten Cent rausholen willst, denn das macht zwar auch ein bisschen was aus, aber da geht es nicht ums große Ganze. Da holst du jetzt nicht die Zehntausenden von Steuersparnis raus, sondern da kannst du deine Fahrtkosten, ein bisschen Fortbildung, klar, macht schon auch Sinn, sollte man auch machen, mache ich in meiner Steuererklärung auch, weil die Kleinigkeit macht auch was aus, aber um das große Ganze umzustellen und ein Vermögen aufzubauen, solltest du natürlich über Nebeneinkünfte nachdenken. Also, du solltest darüber nachdenken, wie kann ich denn zusätzlich zu meinem Gehalt noch Nebeneinkünfte aufbauen. Vielleicht baust du auch irgendwann so viele Nebeneinkünfte auf, dass du Unternehmer wirst, denn so kommst du natürlich zu schneller zu Vermögen und Wohlstand. Und wenn du aber im Anschlussfeld es bleibst, aber trotzdem Nebeneinkünfte hast, dann kann es sinnvoll sein, uns zum Beispiel eine Anfrage zu schicken, denn wir könnten für dich eine Struktur aufbauen, wo du eben langfristig weniger Steuern zahlst. Denn wenn du angestellt bist und deine Arbeitseinkünfte hast, sagen wir mal 50.000 im Jahr, dann bist du in der Einkommenssteuer schon bei 42% Grenzsteuersatz. Nicht ganz, aber fast, also fehlt nicht mehr viel als Lediger, bei Zusammenfahnden immer das Doppelte natürlich. Das heißt, wenn du jetzt eine Immobilie kaufst und Mieternamen generierst und die macht steuerliches plus die Immobilie, ja, dann geht die Hälfte wieder ans Finanzamt, weil du schon so einen hohen Einkommenssteuersatz hast. Natürlich gibt es auch Immobilien, die ja denkmalgeschützt sind, wo du viel renovieren musst, die machen steuerlich Minus, also die machen dir sogar einen Verlust. Das ist genial, so kannst du als Arbeitnehmer auch Steuern sparen, weil das kannst du dann sogar mit deiner Lohnsteuer verrechnen. Aber mal wichtig natürlich, wir wollen natürlich nicht nur Immobilien, die Verluste machen, wir wollen ja auch positive Einkünfte, wir wollen ja auch ein Vermögen aufbauen. Das heißt, irgendwann kommen die dann in die Gewinnzone, weil irgendwann fertig renoviert ist oder die Denkmal einfach vorbei ist, wenn ich solche Immobilien kaufe und dafür ist es dann extrem wichtig, dass du das Ganze vielleicht nicht alles auf deinen Namen laufen lässt, sondern in einer Struktur mit Stiftungen, GmbHs oder einer anderen Kapitalgesellschaft optimierst. Die Steuersparnis ist vielleicht, wenn du ein, zwei Eigentumswohnungen hast, im Jahr nicht die größte, weil du nicht hier die riesigen Steuern auch zahlen musst. Aber das ist ein falsches Denken zu sagen, hey, wenn ich jetzt ein, zwei Eigentumswohnungen habe und hier 5.000, 6.000 Mieternahmen habe und da jetzt mir 3.000 Steuern nur sparen könnte, dann ist es ein falsches Denken zu sagen, nee, das lohnt sich noch nicht, sondern das muss man immer individuell prüfen. Ich will gar nicht sagen, dass es sich immer von Anfang an lohnt. Bei uns kommen schon auch Anfragen rein, wo ich dann sage, hey, das lohnt sich noch nicht so. Aber man sollte trotzdem frühzeitig und nicht zu klein denken, schon diesen Schritt wagen und zu sagen, hey, ich lasse mal prüfen, ob sich das Ganze lohnt, denn das ganze Thema wird natürlich immer schwieriger, wenn du mehr Vermögen aufbaust. Ich war letzte Woche erst bei einem Mandanten, der hat mittlerweile einen großen Immobilienbestand aufgebaut und ja, wie ist es denn dann? Du kaufst und kaufst und kaufst und kümmerst dich natürlich nicht um Finanzen und Steuern und irgendwann merkst du, oh, jetzt habe ich 30, 40 Einheiten, jetzt wird die Steuerlast ja immer höher. Klar, kein Thema, dann haben wir hier angesetzt, haben jetzt eine schöne Struktur gebaut, wo wir die Steuerlast um mehr als die Hälfte gesenkt haben, aber das hätte man natürlich auch von Anfang an gleich richtig optimieren können, dann wären wir gar nicht in die Situation gekommen und dann hätten wir vielleicht statt 30, 40 Immobilien sogar schon 50, 60 Immobilien. Und jetzt haben wir nur über Immobilien geredet, aber natürlich auch, wenn du Aktien am Kapitalmarkt tätig bist und tradest zum Beispiel, was ich auch persönlich mache in meiner Stiftung, aber auch in meiner GmbH, verschiedene Tradingstrukturen, besser aber, als wenn ich das privat mache. Denn wenn ich zum Beispiel eine Aktie mit Gewinnverkauf und das über eine Stiftung oder GmbH mache, dann ist das quasi steuerfrei, weil da zahle ich zwischen 0,7 und 1,5%. Wenn ich privat eine Aktie kaufe und mit Gewinnverkauf, also regelmäßig umschichte, bin ich bei 25%. Bei Fonds greifen diese Teilfreistellungen, aber auch da bin ich in einer Stiftung zum Beispiel deutlich günstiger aufgestellt als die Privatperson. Und wenn ich trade mit Optionen, Covered Call, Cash Secure Put oder solche Strukturen, solche Strategien dann auch noch mache, da sollte ich auf jeden Fall schauen, dass ich das in einer Stiftung oder sogar in Kombination mit einer GmbH mache, weil ich hier die Steuerlasten deutlich senken kann und so natürlich viel mehr Geld wieder habe zum reinvestieren. Also zusammenfassend kann man sagen, ja, als Arbeitnehmer ist es auch wichtig, sehr, sehr wichtig, über das Thema Steuern nachzudenken. Wenn ihr nur im Anstrungsverhältnis seid, aber nebenbei ein Vermögen aufbauen wollt und Nebeneinkünfte habt, dann könnte es genau dafür sinnvoll sein, die Nebeneinkünfte nicht alles auf euren Namen laufen zu lassen, sondern in eurer Stiftung, GmbH oder in einer anderen Rechtsform. Das muss man individuell prüfen, das kann ich jetzt hier nicht pauschal sagen, das wäre unseriös. Deswegen, wenn du prüfen willst, wenn du gut verdienst, einen guten Verdienst hast, was zur Seite legst, sparst, ein Vermögen aufbauen willst, dann schick uns gerne eine Anfrage. Wir prüfen anhand deiner Zahlen, ob überhaupt so eine Beratung sinnvoll ist. Wenn das Ganze keinen Sinn macht, weil ich sehe, da ist nicht genug Substanz da, dann laden wir dich auch gar nicht ein in die Beratung. Aber wenn wir dich in die Beratung anladen, dann merkst du, hey, du hast hier Potenzial und das Investment lohnt sich auf jeden Fall in deine Struktur, denn du kannst hier langfristig, und das ist wichtig, langfristiger zu denken, deutlich, deutlich schneller ein Vermögen aufbauen und deine Steuern auszusenken, auch wenn du vermeintlich nur in einem Angestelltenverhältnis bist, weil du nebenbei tradest, Immobilien hast oder mit Kryptowährungen handelst. Das heißt, schick uns gerne eine Anfrage, einfach per Mail oder Anfrage at körper-partner.com Kontaktdaten siehst du hier und eingeblendet oder über unsere Homepage www.körper-partner.com oder gern auch telefonisch und lass von uns prüfen, ob in deinem Fall eine Steuerstrategie sinnvoll ist und wenn ja, setzen wir das Ganze natürlich auch mit dir um und betreue dich auch langfristig vor. Vielen Dank. Vielen Dank.